Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und ich weiß, ich habe euch gesagt, diese Woche werde ich nicht mehr zu euch sprechen. Jetzt gibt es aber für mich doch nochmal Grund, eine neue Folge aufzunehmen. Und zwar war es so, dass ich für die letzte Folge, für die Folge 26, relativ viel Feedback bekommen habe. Das war eher negativ, damit kann ich ganz gut leben. Ich finde es okay, wenn man unterschiedlicher Meinung ist und ich weise nochmal darauf hin. Hier geht es ja um meine Gefühle letzten Endes, die ich mit diesem Podcast zum Ausdruck bringen möchte. Das soll kein journalistisches Produkt sein, sondern es soll wirklich das ausdrücken, was ich in diesem Moment so denke. Und über was sich viele beschwert haben, möchte ich mal sagen, ist, dass Markus Weins hier bei mir nicht sonderlich gut wegkam, beziehungsweise, dass ich doch relativ kritisch schon in die Amtszeit von Markus Weins hier gehe und dass das Ganze vielleicht nicht ganz gerecht ist. Und da muss ich euch absolut Recht geben. Vielleicht mal vorneweg was. Ich hätte vielleicht nicht unbedingt mit dem Thema Reschke in diese Podcast-Folge starten sollen. Denn dieses Thema hat so ein bisschen den Ton gesetzt für die komplette Folge und hat auch meinen Gemütszustand eher negativ beeinflusst, möchte ich mal so sagen. Also wenn ich das Thema Reschke und die Lügerei bezüglich Taifun Korkut ans Ende der Sendung gestellt hätte, hätte das zum einen mir gut getan und ich glaube, es hätte nicht von Anfang an alles so negativ auf euch gewirkt. Also das ist etwas, das hätte ich definitiv besser machen können. Meine Meinung bezüglich Michael Reschke, wie er den Verein repräsentiert hat in der Frage Taifun Korkut, die möchte ich allerdings nicht revidieren. Dabei bleibe ich. Ich finde das unmöglich, dieses Verhalten und ich kann es nicht ganz nachvollziehen, wie bereitwillig doch relativ viele Menschen diese Lügen einfach akzeptieren und das abtun als, ja, das ist halt Teil des Business. Ich sehe es nicht ganz so. Ich habe es auch in dieser krassen Art und Weise bislang noch nicht mitbekommen. Das bedeutet nicht, dass es solche Äußerungen nicht zuvor schon gab. Ich habe sie einfach nicht mitbekommen. Also für mich war das das erste Mal, dass ein Manager, Sportdirektor, Vorstandsport, was auch immer, sich vor die Presse stellt, damit so klar Stellung bezieht, in dem Fall zum Trainer und ihn nur wenige Stunden später entlässt. Also mir ist das noch nicht untergekommen und deswegen bin ich auch so entrüstet. Im Prinzip ist mir es auch egal, ob das beim VfB passiert oder bei Bayern München oder bei Meppen. Das ist mir alles egal. Ich finde, so geht man zum einen nicht mit Menschen um und zum anderen, das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, finde ich es überhaupt nicht nötig, dass man solche Lügen verbreitet, weil letzten Endes ist keiner von den Fans oder auch neutralen Beobachtern so blöd, dass sie nicht verstehen, dass man natürlich nach einer derart desolaten Leistung über einen Trainer diskutiert. Also ich finde, da kann man das Ganze etwas besser moderieren. Es geht ja auch nicht darum, dass man sagt, wir entlassen jetzt den Trainer. Michael Reschke hat das ja ein bisschen so dargestellt, als ob es nur Hü oder Hott gibt, sprich entweder sagen wir, der bleibt oder er geht. So sehe ich es nicht ganz. Es gibt schon viele Möglichkeiten, mit der deutschen Sprache Dinge so auszudrücken, dass man im Nachhinein nicht ganz so blöd darüber kommt wie Michael Reschke. Das möchte ich hier nochmal festhalten und damit möchte ich aber auch dieses Thema Michael Reschke beenden, sonst wird das hier wieder so negativ. Jetzt nochmal kurz zu Markus Weinziele. Da gab es relativ viel Kritik von euch, dass ich sehr pessimistisch in die ganze Sache reingehen würde, dass ich nur die negativen Sachen sehe und ich habe mir die Folge nochmal angehört und gebe euch recht. Das war viel zu pessimistisch meinerseits und dabei bin ich gar nicht so pessimistisch. Ganz im Gegenteil. Ich habe mehr Hoffnung als Sorge. Also ich sehe die Zukunft eigentlich erstmal positiv mit Markus Weinziele. Und ich bin auch der Meinung, dass das kein per se schlechter Trainer ist. Was ich mit der Folge zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass Markus Weinziele doch immer wieder so ein bisschen Brachland hinterlässt, wenn er einen Verein verlässt. Das war bei Jan Regensburg so, das war beim FC Augsburg so und ja, auf Schalke hat er jetzt auch nicht unbedingt den besten Ruf nach seiner Amtszeit. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen, aber eins steht auch fest. Markus Weinziele hat eine fantastische Arbeit in Augsburg geleistet. Auch wenn man sich die Zeit in Regensburg nachträglich nochmal so ein bisschen durchliest und da habe ich mir ein paar Aufstellungen bzw. ein paar Ergebnisse durchgelesen, auch ein paar Zeitungsberichte nachgegoogelt, dann stellt man relativ schnell fest, dass er auch in Regensburg fantastische Arbeit geleistet hat. Also das muss man definitiv ihm zugutehalten. Was mir besonders gut gefallen hat in seiner Augsburger Zeit war die Einstellung, die die Spieler hatten. Da hat man einfach immer gemerkt, förmlich gespürt, dass die Spieler die Spiele gewinnen wollen bzw. das Maximum aus jeder Partie herausquetschen wollen. Und das ist etwas, was gerade unsere Mannschaft ja in den letzten Spielen deutlich vermissen ließ. Also von daher erhoffe ich mir, dass Markus Weinziele eine ähnliche Mentalität in unserer Mannschaft implementieren kann. Und ich bin guter Dinge. Wie gesagt, ich sehe der Zeit mit Markus Weinziele eher positiv entgegen als negativ. Aber ja, ich habe natürlich Restzweifel, weil es eben immer so ein paar Nebenkriegsschauplätze gab. Aber seine Arbeit auf dem Platz finde ich schon sehr gut. Auf Schalke hat es nicht funktioniert. Das kann mal sein, dass es einfach nicht so richtig passt. Es war auch seine bislang größte Trainerstation. Vielleicht war es für ihn auch zu viel. Ich kann mir auch vorstellen, dass er relativ früh schon die Mannschaft nicht mehr so richtig hinter sich hatte. Dann ist es natürlich auch schwer, Dinge durchzudrücken. Und was man natürlich auch nicht vergessen sollte, Markus Weinziele wird aus seinen Fehlern lernen. Ja, er wird vielleicht Dinge in Zukunft anders handhaben, als er das auf Schalke getan hat. Gerade was die Spieleransprache angeht. Ich könnte mir doch vorstellen, dass der VfB Stuttgart durchaus davon profitieren kann. Also mit diesem kleinen Nachtrag möchte ich nur nochmal sagen, Ich möchte Markus Weinziers Trainerfähigkeiten nicht in Abrede stellen. Er hat großartige Arbeit in Augsburg geleistet und gleiches gilt für Regensburg. Auf Schalke hat es nicht ganz funktioniert. Er wird daraus seine Schlüsse ziehen und ich hoffe, dass er beim VfB Stuttgart wieder an alte, erfolgreiche Trainertage anknüpfen kann. Und solltet ihr weiterhin Feedback für mich haben, könnt ihr das an at vfbstr senden. Das ist mein Twitter-Account oder natürlich an at rickypalm. Ich freue mich darüber. Bleibt fair, werdet nicht zu unsachlich. Dann antworte ich auch gerne auf jeden Kommentar. Und ich hoffe, ich konnte mit diesem kleinen Nachtrag noch für etwas mehr Klarheit sorgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wenn ihr in Bayern wohnt, geht wählen. Und wir hören uns dann bald wieder hier bei STR. Ciao.